Die Baureihe 247 Epoche VI der Siemens Diesel Vectron kommt als Neukonstruktion mit der Loknummer 247 901 in den Verhandel. Die Elektro-Lokomotive Vectron BR193 und ihre Dieselvariante BR247 gehören zu einer neuen Lokfamilie von Siemens, deren Grundkonzept eine Plattform mit modularem Aufbau vorsieht. Die Dachausrüstung ist präzise nachgebildet. Besonders besticht das Modell durch den extra eingesetzten Dachlüfter. Der Siemens Diesel Vectron überzeugt durch den gelungenen Formenneubau im Frontbereich mit extra angesetzten Teilen wie Griffstangen, Schneeräumer und Aufstiegsstufen. Diese Details tragen so zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei. Die Nachbildung der feinst gravierten Drehgestelle sind vorbildgerecht wiedergegeben. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschack für vorbildgerechtes Kuppeln nach NEM ausgerüstet. Die beiden Drehgestelle haben auf je einer Achse einen Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft. Die Lokomotive ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist auch separat schaltbar. Der Pico Diesel Vectron zeichnet sich durch einen sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die guten Langsam-Fahreigenschaften, verdankt die Lok einem durchzugsstarken Motor mit zwei Schwungmassen und sorgen auch für vorbildgerechtes Ausrollen des Modells. Der Vectron gehört auf europäischen Gleisen zu den neuesten Lokomotiven und besitzt durch den markanten Frontbereich schon viele Fans. Mit dem Pico-Modell der BR247 erwerben sie eine der neuesten Diesel-Lokomotiven, die auf deutschen und europäischen Gleisen unterwegs sind. Sie lässt sich universell auch auf ihrer Anlage einsetzen.